Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Free Houses. Wir sind hier in der Hallingruft, haben das Kapitel schon ziemlich weit aufgeräumt. So viel ist nicht mehr übrig und wir müssen uns jetzt erstmal überlegen, wie wir an dieser Formation hier vorbeikommen. Ich denke, den Ritter kann der City jetzt ziemlich gut aus dem Weg räumen. Das sollte jetzt nicht so das Problem werden. Danach müssen wir uns den Bogenschutz vornehmen. So. Na, immerhin Magie. Mehr brauchst du nicht. Gut, dann kümmern wir uns um den hier mit Leonie. Das kriegt sie. Gut. Dann soll Ignat sich gleich um den anderen Schützen kümmern. Und dann müssen wir sie nicht mehr weitermachen. Weiter habe ich noch nicht geplant. So, dann müssen wir uns um ihn da kümmern. Der geht gleich auf Leonie. Ja, stellen wir uns hier an. Oh, wir können ihn auch mit Schweigen angreifen. Machen wir doch das. Der greift hier niemanden an. Okay, dann können wir Hilda da hinsetzen. Dann kannst du nämlich gleich noch ein Stück vorwärts. Recht nicht ganz, aber fast. Hilda hat echt so viel KP's. Das ist erstaunlich. Kann sich da einstellen. Den Bonus hat er noch kostet. So, damit hätten wir die Treppen erobert. Das sieht, hier kann sich bestimmt über Kacken dreißig unten entstehen, die von hier unten fertig machen. Oh, nein, ja. Oh, nein. Ich weiß nicht, dass es gut ist, dass es gut ist, dass es gut ist, dass es gut ist. Jetzt dann, wie soll ich dich kümmern? Oh, kein Problem. So. So. Die Flieger können ja gleich so hoch. Die müssen ja keine Treppe nehmen. Oh, da komm. Da habe ich dich nicht zu weit gestellt. Steh ich da hin. Nochmal ein paar extra IP. Oh, das war ich gar nicht. Steh ich mir da hin. So, komm ich da gleich sicher noch rausfliegen. Ja, können wir. Da reicht. So, und schon steht der gute Flammenkaiser alleine da. Mal gucken, ob man hier an den killen kann. Ach, er kann auf jeder Distanz kontern, also gut. Ausweich minus eins. Gott. Was war denn hier noch? Scham. Aktspezialist. Kommandant, Gegengangriff, Stärke rauben, Magie rauben und Aktspezialist 3. Ist ja egal, auf welche Distanz wir rangehen. Hm, Aura hat sie 48. Nehmen wir Aura. Ja. Dann nehmen. Dann nehmen. Du hast alle Wappenscheine beschützt und Rostbogen. Oh, ich bin Silberbogen. Ein Stein des Wissens. Ein Oberstufensiegel. Und das war's. Haben wir gut gemacht. Einmal kurz speichern. Ladebalken genießen und dann geht's auch schon weiter. Das war's. Auf Wiedersehen, Professor. Wenn wir wiedersehen, wird es auf der Bühne. Komm, Hubert. Zu fliehen ist fütig, wütige Frau. Die Kirche von Zeros wird die ganze Armee gegen Sie, bis Sie wurden verabschiedet und verabschiedet. Sie haben die Heilige Kirche, die Gottes gegründete, und verabschiedetete Ihre Freunde. Ich finde es witzig, wie wir hier in Clouds Route nicht eine Cutscene hatten bei Edelgard. Ich glaube, alle anderen Routen hatten hier eine Cutscene. Ich glaube, alle anderen Routen sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 I have decided by order of the Edrestian Emperor Edelgard von Hressbelg the Empire hereby declares war on the Church of Seros I cannot believe it Let us recount the situation as it stands, Professor After you returned from the Holy Tomb The Edrestian Empire declared war upon the Church of Seros as well as our allies Den Krieg erklärt Edelgard demanded her own father relinquish the throne and then assumed the position of Emperor She has deemed the Church of Seros to be an evil of this world And is calling upon the people of Fodlan to help her tear it down I must discuss our response to this declaration with the Archbishop After the Knights return from their investigation Until then, watch over the students See that they remain calm I heard what happened, Teach The Princess, well, the Emperor now She really did it, didn't she? The Lords and Dukes of both the Kingdom and the Alliance have been called out And now have to choose between the Church and the Empire The Seat of Conflict was always there And now we find ourselves in the middle of a war that will tear Fodlan in two The Empire is rash But I never thought it would come to this How could something like this happen? I hope everyone back home is safe I'm sure it's mass confusion at home right now My brother must be worried sick about me Hmm Wir sollten uns erstmal alle beruhigen You're absolutely right, Teach I'm sure a lot of us are worried about our homes But all we can do for now is prepare for battle And tread carefully I mean, ganz unrecht hat Elgad ja nicht damit, dass die Kirche ihre Macht ausnutzt Um halt an der Macht zu bleiben Part 1 White Clouds Lone Moon To War Together, the people of Fodlan relish the beauty of the brayant moon overhead As another year ends They recall sad partings and new acquaintances alike But each person must still walk their chosen path alone With each day, the presence of spring grows stronger And yet a lone moon still haunts the sky A silent reminder, perhaps, of some inescapable truth Boink Uh, da hat sie mal einen weiten Satz gemacht Ja, richtig, mit Schmackis Ah, so viel vom Monat bleibt ja nicht übrig Na, was hat sie überhaupt vor? There is no question on that front She clearly wishes to conquer all of Fodlan And in order to achieve her own selfish ambitions She plotted with ill-meaning strangers And defiled the holy tomb Or perhaps her ambitions are even grander than we know Perhaps she is planning to make herself a false deity By demonizing the church of Zeros Adrestia received its very name through a divine oracle To injure the goddess is a sin most foul That shall not be forgiven nor forgotten We must stop the empire And quickly I have returned, Rhea Welcome back, Shamir Were you able to discern the empire's movements? Their main troops are marching towards Garak Mach It is said that they will join forces with Edelgard's army And arrive within two weeks Two weeks? That is not enough time It will require all of our efforts Just to prepare our defenses before then We must send notice to all surrounding villages at once We must order the residents of Garak Mach To flee for their lives It will be done Professor, listen closely If our enemy invades the monastery I will have no choice but to stand upon the battlefield If something happens to me I am entrusting my sacred duties to you Warum of mich? You must have guessed it by now The truth of who you are Or, or perhaps I should say Your lost memories are surely beginning to return I have acted all these long years As a mere proxy for you But the duty is yours And yours alone Only you can lead the people of Fowlan Rhea, please Please, you must tell me all that you know I trust that you are aware of the questionable nature of this experiment But I suppose there is no turning back I ask that you help our friend And in doing so Help her I am waiting And hoping for the moment when our creator rules this wayward land once more I understand As ever, I will take you at your word Lady Rhea Brother I will do my part as well Flayne Are you eavesdropping? Regardless, I am glad to hear it You owe your life to the professor after all And in the end They may prove to be our brethren You have my gratitude, Sedith And you as well, Flayne As followers of the Progenitor God It is up to us to see our mission through Bloomfield Geh'n wir mal erkunden Boah Geh'n wir da gleich mal hin Hi Du können wir gleich die Fortbildung mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind Und, äh, Dingsabrummster hat doch Dingsabrummster gelernt Fertigkeiten Yuri, wo bist du denn? Ganz unten natürlich Fast ganz unten Du hast doch hier, äh, Bogenspeziales gelernt Das ist die Frage, was nehmen wir dir dafür raus? Bogenspeziales gibt dir 5, äh, Plusangriff, wenn du einen Bogen verwandest Das ist ziemlich nice Aber wir brauchen eigentlich unsere ganzen Unsere ganzen, äh, Stacks hier, damit wir treffen Hm Klassen wir das erstmal Weil, ich meine, Plus 5 Angriff ist zwar schon ganz nice Allerdings brauchen wir Treffer Plus 20, damit wir auf Distanz noch treffen Weil je weiter wir mit dem Bogen wegzielen Desto mehr sinkt unsere Trefferquote Und mit Treffer Plus 20 können wir da einiges wieder wettmachen Selbiges wie mit Bogen Level 5 Das gibt uns ja nicht nur Treffer Plus 15, sondern auch noch Ausweichen Plus 15 Was bei Yuri auch noch ziemlich, ziemlich gut ist Und, äh, kritisches Ausweichen Obwohl, das ist eher so Naja, kritisches Ausweichen ist bei ihm sowieso nicht so vernöten Nahkontor ist essentiell, weil er Bogenschütze ist Das brauchen wir eh Das ist bei ihm ganz nice Da er eh ziemlich häufig kritisierte Treffer landet Ich glaube, davon können wir uns auch am ehesten trennen So, ähm Gehen wir mal in die Schweißerei Mit der da sollen wir reden, ne? Ja Ja, das ist in der Tat weniger geil Aber gut, vielleicht war da die Kirche auch ein bisschen zu naiv So, jetzt hätten wir Können wir noch den Unterricht bei Iria mitnehmen So, wenn wir schon mal hier sind Äh, nehmen wir mal das Ein bisschen weiß, Magie hat noch niemandem geschadet Dann können wir bei Hanneman und Manuela eigentlich auch nochmal vorbeischauen So Und Eigentlich ist ja Alois drin, ne? Jo Ist bestimmt hier hinten Das ist sie jedenfalls nicht Ist sie hier? Ja Oh, wir haben Unterschützungsgespräche Oh, wir können ja auch genau gucken, wer wer ist Interessant Finde ich cool Ist mir nie aufgefallen So, was gibt's hier? Sanzen-Turnier Lorenz Die Pflicht ruft Kein Problem Kein Problem Ja, das geschafft er auch ohne Probleme Was für ein sportliches Pferd Das hat sie wirklich zu 100% unter Kontrolle Ja, das riecht da auch hin So Können wir uns einmal heilen Und dann ist es halbfinale marschieren Oh, dann können wir uns nochmal heilen Weil wir es können Und uns dann mit der Pegasus Dann jemand unterhalten Ich mein, die Doppel wird zwar nicht Aber wir haben erstmal mehr KP Und wir haben den ersten Schlag Und wir sind einmal ausgewichen Ja, das stimmt Das war wirklich magnifizient Da hast du recht Hast du fein gemacht Oh, wir haben Support Ist das der einzige? Ach, das ist mit Manuela Und dann Gehen wir mal hin Ein bisschen Zeit haben wir ja noch Oh, ich muss noch ins Gewächshaus Darf ich nicht vergessen Ich wollte da was besprechen Ich wollte da was besprechen Oh, ich weiß nicht Oh, ich weiß nicht Oh, ich weiß nicht Ich weiß nicht Was ich mit dem Ich kann das nicht Ich weiß nicht Das ist nicht Ich weiß nicht Oh, Manuela Das muss ich tun Ich bin okay Ich bin okay Aber ich... Ich bin nur ein Moment Was? Was hast du da drin getrieben? Tut mir leid. Äh, ich soll dir was von einem Ritter ausrichten? Äh, er sagte, ich zitiere, wir sollten uns nicht mehr wiedersehen. Zitat Ende. Äh, guten Nacht. Blumen. Einmal kurz gärtnern. Oh, ich will Samen pflanzen. Nein, nicht die. Wir arbeiten uns hier langsam durch die Liste. Irgendwann haben wir keine mehr. Ach, das sieht ja tollen Güte klasse aus. Da liegt noch was. Und es werden nicht weniger Samen. Irgendwie wusste ich, dass hier was liegt. Ich glaube, sonst sind wir soweit eigentlich ganz gut. Hi. Aber ich würde sagen, wir stellen es erstmal hier hin und machen. Guck, liegt denn das hin? Ja, das ist ein sehr schönes Gebäude. Da hast du recht. Sehr hübsch. Naja, wir werden jetzt an dieser Stelle eine klitzekleine Pause machen und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch viel mit dabei. Bis dahin und ich verabschiede mich wie immer mit einem Tschaui. Bis dahin und ich verabschiede mich. 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 Bis zum nächsten Mal.